Erst einmal Chive, sehr, sehr langsam. Vorübung. Und Platz, Platz, drei und vier. Schritt, Schritt, da-da-da. Schritt, Schritt. Das ist das Chive-Chassee. Noch mit Platz, Platz. In den Boden. Jetzt nehmen wir Kicks. Und Knie, Knie. Immer das Knie heben. Riss, strecken, nicht so. Mal vor und... Jetzt haben wir wieder Grundschritten mit Rückplatz. Chassee und wieder Rückplatz. Das ist eine Kombination mit Damen- und Herren-Grundschritt. Und dann nur mehr Zappschritte. Alles immer viermal. Eins, zwei. Achtung, die Kicks. Eins, zwei, drei. Rückplatz. Jetzt die Taps. Und Fank. Kicks. Rückplatz. Die Taps. Anfang. Die Kicks. Mit Rückplatz. Nach. Ein bisschen schneller. Fünf, sechs, sieben, auf. Achtung, die Kicks. Mit Rückplatz. Jetzt die Tatsche. Mit dem Schießen. Kicks. Mit Rückplatz. Die Tatsche. Schießen. Kicks. Rückplatz. Tatsche. Mit dem Schießen. Kicks. Rückplatz. Tatsche. Tatsche. Schließen. Kicks. Rückplatz. Tap, schließe, kick, Rückplatz, tap, schließe. Schließe, kick, Rückplatz, tap, mit dem Schließe, kick, Rückplatz, tap, anfang, schließe, kick, Rückplatz, tap, anfang, kick in, Rückplatz, tap, anfang, schließe, kick in, Rückplatz, tap, tap, und ja, Platz, kick in, und rückplatz, und kick, kick, tap, mit dem Kommen, anfang, jetzt aber kicker, Rückplatz, jetzt, tap, jetzt, tap, anfang, knicken, und rückplatz, tap, und rückplatz, tap, und rückplatz, jawohl, jetzt, tap, und rückplatz, tap, rückplatz, tap, rückplatz, Punkt, rück hack, rückplatz, tap, rückplatz, tap, rückzessor,